Gute Arbeit, ihr beiden. Jetzt ruht euch aus und genehmigt euch ein Horn Ale. Ihr habt es euch verdient. Vielen Dank, Randwee. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Eivor, hier drinnen! Was bewahrst du in diesem Raum auf? Meine beste Waffe, denn dieser Raum gehört dir. Hier kannst du ruhen, deine Axt aufhängen oder deinen Gedanken nachsinnen. Gefällt er dir? Er passt zu mir. Ich schlafe aber genauso gern bei den Kriegern an der Anlegestelle. Ich brauche keine Sonderbehandlung. Das ist keine Sonderbehandlung. Ich will dich im Langhaus wissen. Nah bei mir. Ich mag Jarl des Clans sein, aber du und ich führen gemeinsam, wie immer. Also mach es dir bequem. Wenn du bereit bist, treffen wir uns bei den Stellen. Ich traue euch jetzt gleich im Hintergrund